Hallo zusammen, heute mal ein Video auf Deutsch, das auch nur für diejenigen interessant ist, die im Einzugsgebiet von Lidl und Aldi Nord wohnen. Beide Discounter haben in dieser Woche LED-Leuchtmittel im Angebot, diese LED-Retrofit-Lampen mit E27-Schraubsockel. Und da ich immer auf der Suche bin nach guter Beleuchtung für meine Videos, habe ich mir beide dieser Lampen mal gekauft. Das sind jeweils die größten im Angebot. Beide kosten 3,99 Euro, der Preis ist also gleich. Beide leisten 1521 Lumen. Das ist das Äquivalent zu einer 100 Watt konventionellen Glühlampe. Beide sind warmweiß, 2700 Kelvin. Das ist gerade noch in Ordnung. Leider sind viele warmweiße LED-Retrofit-Lampen nicht warmweiß, sondern gelb. Beide Lampen sind dimmbar. Das kann ich hier nicht testen. Ja, die Lampe von Aldi ist als Light Zone bezeichnet. Die von Lidl als Livarno Home. Wenn wir die Verpackung hier einmal drehen, dann können wir hier bei der von Aldi direkt sehen, hinter der Light Zone steckt Müller-Licht. Das ist für mich leider direkt ein Minuspunkt, denn abgesehen von einer Philips-Lampe waren alle LED-Retrofit-Lampen, die in meinem Haushalt bislang kaputt gegangen sind, von Müller-Licht. Die Livarno Home hat hier als Firma die OVIM GmbH angegeben. Davon habe ich noch nichts gehört. Auf der anderen Seite haben wir noch diverse andere technischen Daten angegeben, die man sich hier einmal durchlesen kann. Besonders erwähnenswert hier der Farbwiedergabe-Index. Bei der Light Zone ist dieser mit über 90 angegeben und bei der Livarno Home mit größer gleich 97, also besser. Hier hat Lidl tatsächlich Werbepotenzial verschenkt, denn im Aldi Prospekt stand ganz groß drin Farbwiedergabe-Index über 90. Im Lidl Prospekt stand gar nichts drin. Deswegen war ich tatsächlich etwas überrascht, dass der Farbwiedergabe-Index hier sogar besser ist. Leider gibt es bei LED-Retrofit-Lampen zwei Merkmale, die nicht auf der Verpackung angegeben sind. Da muss man also kaufen und selber ausprobieren. Genau das habe ich getan und genau deswegen mache ich dieses Video, damit ihr diese Lampen nicht kaufen müsst. Diese zwei Merkmale sind besonders bei Videoaufnahmen wichtig. Das erste davon sind die Lampen still. Tatsächlich ist es so, dass bei vielen dieser LED-Retrofit-Lampen die im Sockel verbaute Treiberschaltung summt, sirrt, brummt oder sonst wie Geräusche von sich gibt, was natürlich ärgerlich und störend ist, wenn man sich auf sein Video konzentrieren möchte und rings um einen herum summt und brummt es. Hier bei beiden Lampen gute Neuigkeiten. Diese Lampen sind komplett still. Man hört sie nicht. Das zweite Merkmal ist besonders wichtig bei Videoaufnahme mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde, also allgemein gesagt bei Videoaufnahme mit dem Smartphone. Hier ist es nämlich besonders wichtig, dass die LEDs mit geglättetem Gleichstrom angetrieben werden und nicht mit Spannungsimpulsen. Die Spannungsimpulse folgen nämlich meistens der Netzfrequenz, also bei uns 50 Hertz. Und das führt bei Videoaufnahme mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde zu einem deutlich sichtbaren Flackern. Leider hier schlechte Neuigkeiten. Beide dieser Lampen werden mit Spannungsimpulsen betrieben. Das heißt, bei Videoaufnahme flackern beide. Sind also leider für Videoaufnahme ungeeignet. Hier die beiden LED Retrofit Lampen einmal nebeneinander. Dies ist die Livano Home von Lidl und dies ist die Light Zone bzw. Müller Licht von Aldi. Man kann sehen, der Plastikkörper, beide sind aus Plastik, ist hier etwas weiter herumgezogen. Das heißt, man hat eine größere Fläche, die auch tatsächlich leuchtet. Bei der Lidl-Lampe ist der Lampenkörper weiter hochgezogen. Das ist allerdings nicht notwendigerweise nur ein Nachteil, denn dieser Lampenkörper ist eben auch eine Kühlfläche für die LEDs und somit ist die Lidl-Lampe etwas besser gekühlt als die Aldi-Lampe. Hier noch ein schneller Test. Der Livano Home Lampe von Lidl am Hoppimeter. Die Leistungsaufnahme ist vom Hersteller mit 16,9 Watt angegeben. Dieser Wert wird auch relativ genau erreicht. Die Lampe war jetzt schon einige Minuten angeschaltet und hat ihre Betriebstemperatur erreicht. Wenn ich sie hier ins Bild hole, dann sieht man ganz klar, es flackert bei Videoaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde. Ich kann jetzt hier noch einmal die Temperatur des Lampenkörpers messen und wie man sieht, komme ich hier auf einen Maximalwert von 68 Grad Celsius. Und hier ein Test der Light Zone bzw. Müller Licht Lampe. Die war jetzt ungefähr genauso lang angeschaltet wie zuvor die Livano Home. Leistungsaufnahme ist hier angegeben mit genau 16 Watt. Diese werden ungefähr auch erreicht. Wenn ich die Lampe ins Bild bringe, dann flackert es leider auch hier bei einer Aufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde. Messen wir hier auch noch einmal die Temperatur des Lampenkörpers. Und je nachdem, wo ich das Thermometer entlang bewege, kommen wir hier auf eine Maximaltemperatur von 71 Grad Celsius. Und zum Schluss noch einmal als Vergleich und als Beispiel dafür, wie es auch gehen kann, eine Philips LED Retrofit Lampe. Hier ist die Leistungsaufnahme vom Hersteller mit 14,5 Watt angegeben. Dieser Wert wird sehr genau erreicht, beziehungsweise sogar leicht überschritten. Bringe ich die Lampe ins Bild, sieht man auch bei einer Videoaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde keinerlei flackern. Das ist also sehr gut. Messen wir auch hier einmal die Temperatur des Lampenkörpers. Und hier wird ein Maximalwert von 67 Grad Celsius erreicht, beziehungsweise gemessen. Leider hat diese Lampe einen anderen ganz erheblichen Nachteil. Und der sollte hoffentlich hörbar werden, wenn ich die Lampe mal nah an die Kameramikrofone bewege. Die Treiberschaltung in dieser Lampe summt ziemlich laut. Und somit ist leider auch diese LED Retrofit Lampe für Videoaufnahmen eher ungeeignet. Ja, und so sind wir schon am Ende dieses etwas ungewöhnlichen Videos angekommen. Wir stellen fest, beide Lampen halten zumindest in Bezug auf Leistungsaufnahme das, was auf der Verpackung versprochen wird. Leider sind sie für Videoaufnahme ungeeignet wegen des Flackerns. Wenn einem das egal ist, dann würde ich persönlich zum Kauf der Lidl Lampe raten. Denn zum einen hat man hier die bessere Kühlwirkung durch den größeren Lampenkörper. Und zum anderen ist hier der Farbwiedergabeindex mit größer gleich 97 angegeben. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!